Wer auf der falschen Leiter schnell klettert, kommt nur schneller ans falsche Ziel. Das ist die Antwort. Dieser Satz ist die Antwort, warum dieses Seminar durchaus sehr wichtig ist, nicht in jedem Leben nur, sondern als Coaching-Teilnehmer unseres Programms in sieben Jahren zur ersten Million. Denn wenn Sie da auf der falschen Leiter beruflich klettern, kommen Sie nur schneller ans falsche Ziel und Glück wartet dann da nicht auf Sie. Lassen Sie mich etwas zu der Geschichte sagen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Das ist nicht ganz schmeichelhaft für mich. Aber ich hoffe, das sehen Sie mir nach. Als ich dann finanziell frei war, Anfang 30, habe ich mich am Ziel gewöhnt. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, was mein Ziel war. Ich hatte in den Jahren, in denen ich dann hart gearbeitet habe, ab dem 26. Lebensjahr war das der Fall, um ja finanziell frei zu werden, in diesen viereinhalb Jahren, bis ich es dann erreicht hatte, hatte ich ein großes Ziel. Und wie gesagt, das ist nicht sehr schmeichelhaft. Das Ziel war, dass ich im Caesars Palace, ich kann Ihnen nicht sagen, warum, auf dem Pool des Caesars Palace auf einer Luftmatratze liegen würde. Und in dieser Luftmatratze ist so eine Einkerbung für ein Long-Drink-Glas. Und die hatten damals einen fünffach gewinkelten Strohhalm. Und da würde ich in der Sonne liegen, in etwa so, hätte diesen Strohhalm im Mund und wäre am Ziel. Das habe ich dann gemacht. Ich habe mich auf die Luftmatratze gelegt im Caesars Palace. Nach ein paar Stunden wurde es ziemlich warm, ziemlich öde. Und ich habe mir gesagt, wenn das das Ziel ist, dann ist das eine Strafe. Ich habe dann auch eingesehen, dass ich das da nicht den ganzen Tag aushalten muss. Und bin dann gegangen. Was sollte ich aber dann machen? Mein Ziel war es ja nicht. Kennen Sie das Gefühl, dass Sie auf ein Ziel hinarbeiten? Haben es erreicht und begreifen im Nachhinein, eigentlich war es nur der Weg. Jetzt müsste was Neues kommen. Ja, aber für jemand, für den völlig klar ist, mit 30 hörst du auf zu arbeiten, darf da ja nichts Neues kommen.